So, wir hier unsere Patertrinker sind bereits da und wir klatschen uns das neue Haube hier. Das ist einer. An die internationale Plätze. Also, heute geben wir noch einen Podcast. So, wir sind hier. So, wir sind hier vorne. 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 Wir haben über die Instruktion zu stellen, dass Sie kommen aus der Linie von der SDAB und des normalen Töne von Mario Superhoch. Ich schreibe bei Sommerhoch im Jahr 2016 als Schicksal auf den Tribüern 424 THB-Einsenzen. Wir haben zwar ein drittes Nachspiel hier von unserem THB-Gedanke, die wir schon hier heute in der Kassenstrau in der Aal. Das Kaffee der heutigen Stelle kommt, dass Sie vom Haus wohlgemerkt, dass Sie hier aus dem Kaffee hier aus dem Kaffee, Uwe Schlemberg und der Nürnberg sind der Kaffee, Weg, Müller, Auffall. Die wollen wir mal, ne? Ja, das ist ja schön nach Hause. Das ist ja nicht so. So meine Damen und Herren, es geht los. Wir starten jetzt live hier in diese Partie gegen den Vorgang. Herr Kommersmann, bitte begrüßen Sie jetzt mit mir gemeinsam, wie gewohnt, für einen sprachlichen Applaus, unseren neuen Gast, den Stiegler von Paul Lundberg. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.